Es ist schön, irgendwo daheim zu sein, eine Wohnung zu haben, eine Adresse, einen Ort und eine Strassennamen, Arhaldenstrasse oder Zypressenweg zum Beispiel, Kehrgässli oder Mühletobustrasse, Feistergässli oder Heitereweg. Es ist auch schön, im Telefonbuch zu schneiden und sich die Strassen einmal durch den Kopf hinzugehen, sich vorzustellen, wie es auch wäre, wie man jetzt geteert wäre. Das Arburg am Alpenweg zum Beispiel oder das Zollikofen am Ziegeleiweg, das Altdorf an der Attinghusenstrasse oder das Sozliu an der Zuckerrieterstrasse. Letztendlich habe ich einen speziellen Strassenrundgang gemacht. Warum zu Fuss, hat eine Strasse zum Beispiel geheissen. Schreiten und Gleiten, ein Fussweg. Die Luftstation war der Name eines Weges auf einem kleinen Höhenhofen. Oben hat er den Namen gehobener Horizont gedreht. Und in der Nähe hat mich eine Strassentafelle gemahnet. Unheile Eile. Das habe ich ernst genommen. Ich bin bleibe stehen und habe mich gefragt, was diese komischen Strassennamen eigentlich soll. Es sei ein Name, das der Maler Paul Klee ein paar von seinen Bildern gegeben hat. Und rund um das Kleezentrum in Bern hat man Strassen, Strassen, Wägen und Wägen danach beinahmte ausgeschildert. Ich finde es reizvoll, diesen Namen zu begegnen. Im Wäldchen, hinter dem Kleezentrum, bin ich auch in der Tafelle, was alles wächst, vorbeikommen. Und beim Namen Wurm am Weg. Dann bin ich auf dem weichen Waldweg mit dem wunderschönen Namen Teppich der Erinnerung gewandelt. Und prompt ist mir hier zu einem oder zu anderen durch den Kopf. Auf diesem Teppich der Erinnerung plötzlich eine ganze zeilte, wichtige und schöne Bilder von früher, wie wir vor mir gesehen. Auch so farbige wie die vom Klee.